Wir haben uns einen Schenkelspit, komm mal schon ein wenig her, dann soll ich auch erstmal weiter. Hier, da, 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 da. Guten Morgen. Schön. Schenkel, ja. Ah, das ist der, der oben ist. Ich hatte auch mal für das Morgen, bei euch, von unserem Kettenmarkt. Jetzt habe ich mal schauen, ich weiß nicht, was es so um den Kranz kam. Jetzt ist es durch, was ich sage. Jetzt wird schon noch eine Genose, was es ist. Einer an der Fähre kommt, wie der andere ist. Ja, eben. Entschuldigung, ich habe den Nest gebacken. Was ist denn jetzt passiert? Es ist eine andere, wo er ganz klar ist. Was ist denn jetzt passiert? Hat er nicht rausgezogen? Ich habe nicht genug gehört. Der Marc hat aufgehört, der andere hat sich rausgedrückt. Ah ja. Ich hätte ihn nicht mehr hören dürfen. Ich möchte das zusammen machen, oder? Da muss man die 5. Ja. Mal schauen. Wir haben die 5. Komm mal und guck! Das war's. Das war's. Ringen. Ringen. Komm, Markus. Komm, Markus. Komm, Markus. Komm, Markus. Komm, Markus. Schau mal! Zieh ihn mal! Mh, mh, mh. Hopp, verdammt! Nein! Nein! Hopp! Schnell! Die Zeit ist abgerufen. Gibt er ihn? Nein!